Steht Bayern-Kapitän Manuel Neuer vor einer spektakulären Rückkehr? Und was ist da los bei Real Madrid und einem Defensivstar aus der Bundesliga? Ihr kennt das Ganze, alle Infos, die ihr braucht immer hier, kurz und kompakt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann starten wir natürlich auch erstmal direkt rein mit einem Thema, was eigentlich seit ein paar Wochen keins mehr sein dürfte. Und zwar geht es um die Torwartposition der DFB-Elf rund um Julian Nagelsmann. Nachdem Manuel Neuer ja nach der Europameisterschaft ein wenig überraschend bekannt gegeben hat, dass er zurücktritt, ist schnell klar geworden, Marc-André Terstegen ist nach so vielen Jahren zum ersten Mal klar gesetzt. Ja, aber jetzt ist es leider auch offiziell. Ich denke mal, ihr habt es mitbekommen. Gestern wurde bestätigt, dass der 32-Jährige verletzungsbedingt für mehrere Monate, eventuell sogar bis zum Saisonende ausfallen wird. Eine mehr als bittere Nachricht. Julian Nagelsmann hat den Schock bereits öffentlich kommentiert und auch gemeint, dass man auf seinem Weg zurück immer für ihn da ist. Jedoch stehen schon die nächsten Länderspiele vor der Tür, weswegen sich natürlich auch die Frage stellt, wer Terstegen so lange vertreten wird. Ja, und genau da kommt jetzt Manuel Neuer ins Spiel, denn neue Berichte sprechen darüber, dass der 38-Jährige unter Umständen aus seinem Ruhestand zurückkehrt, um doch wieder als Nummer 1 im Tor von Nagelsmann zu stehen. Aber natürlich ist man da zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr weit weg von einer finalen Entscheidung. Sowohl Manuel Neuer, aber auch der DFB wollten sich öffentlich nicht dazu äußern und aktuell soll es noch kein Thema sein. Klar ist auch, dass man viele sehr gute Alternativen hat und bis zur Kader-Nominierung ist ebenfalls noch etwas Zeit. Es soll auf jeden Fall nichtsdestotrotz nicht zu 100% ausgeschlossen sein, dass Manuel Neuer vielleicht doch nochmal zurückkehrt. Garantiert ist es aber ebenfalls nicht. Ich frage einfach gerne mal euch, sollte Manuel Neuer wieder im Tor von Julian Nagelsmann stehen oder wäre ein anderer Torwart die bessere Entscheidung? Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz über einen spektakulären Bericht unterhalten, welcher tatsächlich mal wieder mit Real Madrid und der Bundesliga zu tun hat. Bereits in den letzten Jahren war diese Kombination mehr als erfolgreich, um mit Alaba, Kroos oder Bellingham nur ein paar Namen zu nennen. Ja, und bald könnte neuen Berichten zufolge der nächste Superstar hinzukommen. Genauer gesagt geht es um Leipzig-Star Castello Luqueba. Der 21-Jährige ist eigentlich noch für vier Jahre an RB gebunden, soll aber für Sommer 2025 eine Ausstiegsklausel in Höhe von ca. 70 Millionen Euro haben. Scouts von Real Madrid sollen Luqueba beim Champions-League-Spiel zwischen Leipzig und Atletico Madrid bereits beobachtet haben und ein Transfer ist dem Vernehmen nach nicht unrealistisch. Schon jetzt ist Luqueba ein sehr wichtiger Bestandteil von Leipzig, was selbstverständlich auch bei Carlo Ancelotti und Co. nicht unbemerkt bleibt. Aber natürlich ist sein Transfer auch hier noch nicht in Stein gemeißelt. Für den Moment bleibt abzuwarten, wie sich Luqueba dieses Jahr entwickelt. Unter Umständen sehen wir den 21-Jährigen, aber schon bald im Trikot von Real Madrid. Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Dankeschön, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. interrogate